Ich hab dich ein paar Mal gesehen, seit wir hergezogen sind. Ich wollte mich schon vorstellen. Ich hab grad Drogen eingeworfen. Sehr schön. Kennst du schon meine Mom? Hi. Ich weiß, du schaust mir hinterher. Stimmt doch gar nicht. Lügner. Und jetzt begrüße ich eine wirklich mutige junge Dame, Tessa Scott. Wie wollen Sie es angehen? Das todkranke Mädchending oder haben Sie was Originelleres geplant? Tessa, du hast dich also entschieden, die Behandlung abzubrechen. Ein schwerwiegender Entschluss für eine 17-Jährige. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Ich rate dir, nur noch Dinge zu tun, die du tun möchtest. Ich hab eine Liste. Willst du mit mir ausgehen? Richtiges Date. Toll. Ein langer Spaziergang auf dem Land. Das war's wert, oder? Ja. Das sind ziemliches Sahneschnittchen. Was tust du nur? So viel ich kann in kürzester Zeit. Was willst du wirklich? Dass du im Dunkeln bei mir bist. Dass du da bist, wenn ich Angst kriege. Nein und nochmal nein. Dad. Vergiss es. Das konnte im schlimmsten Fall passieren. Das könnte wehtun. Das tut es schon. Los, Spreng. Es ist einfach zu weit. Dann gute Nacht. Nein, warte. Was machst du da? Was wohl? Ich motiviere mich. Momente. Mein Leben ist eine Summe von Momenten. Jeder Einzelne trägt die Reise bis zum Ende. Ich liebe sie. Was ist los? Das sind deine Hoffnungen. Deine Träume. Das hier und jetzt ist definitiv ein Moment. Das ist die Hoffnungen. Das ist die Hoffnungen. Das ist die Hoffnungen. Vielen Dank.